Ich habe ein Rätsel für euch Genau, das ist Sailor Merkur, die zweite Sailor-Kriegerin Ihre Waffe ist ein dichter Nebel, er verwirrt den Feind in den Sinn Amy ist die kluge Sailor Merkur, ihrer Brille sieht sie im Hut Zeug liegt alle Fehler ihrer Gegner, die Kriegerinnen schlagen zu Amy ist sehr ehrgeizig und ihr größter Traum ist es, Ärztin zu werden Sie ist die beste Schülerin und kann so ihren Freundinnen immer helfen Ja genau, das ist Sailor Merkur, die zweite Sailor-Kriegerin Ihre Waffe ist ein dichter Nebel, er verwirrt den Feind in den Sinn Amy ist die kluge Sailor Merkur, ihrer Brille sieht sie im Hut Zeug liegt alle Fehler ihrer Gegner, die Kriegerinnen schlagen zu Amy ist Sailor Merkur, ihre Waffe ist der Nebel, sie kann nach einem gewonnenen Kampf ihre Feinde einfrieren, 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 einfrieren. Ja genau, das ist Sailor Merkur, zweite Sailor Kriegerin Ihre Waffe ist ein dichter Nebel, er verwirrt den Fein in den Sinn Amy ist die kluge Sailor Merkur, ihrer Brille sieht sie im Blut Deutlich, alle Fehler ihrer Gegner, Kriegerinnen schlagen zu Amy ist die kluge Sailor Merkur, mit ihrer Brille sieht sie im Blut Deutlich, alle Fehler ihrer Gegner, Kriegerinnen schlagen zu